Okay, bereit sind alle? Denn ihr wisst ja, Milavi braucht für eine Sehne immer nur eine Phase. Aber springt vom Zeppelin. Ne, springt bitte nicht vom Zeppelin, wir fangen nämlich jetzt an in 5, 4, 3, 2, 1 und go. Und Leute, es gibt da keine Damage-Stopphasen, ihr müsst auch voll aufs Gemisch immer dann gehen, wenn sie da sind. Stopp, wer geht da rechts auf das Ding? Hunter. 5% fehlen schon wieder. PZ. Achtung, Fokustage wird umgesetzt, Leute. Und wieder umgesetzt, beeindruckt einfach mal. Hat gar nichts umgesetzt. Doch, unten stehen wir uns drauf getauscht. Ja, es war ungefähr eine halbe Sekunde auf dem Falschen. Malte machen, passt schon. Deutsche Boom, glaub ich, oder der Hesler, ich hab den Ding heraußen engagiert. Ne, ta... Das wird eng. Jetzt ist die Chance. So, Damage-Tiger-Switch. Feiner steht. Wie viele Heds? Sieben. Okay, beim nächsten zieh ich. Neun Heds. Das geht sich nicht aus. 17%, also müssen wir gleich exakt mit 1% auffören. Weiter über 13 auf dem Gemisch. Ja, stopp auf den Totenkopf. 1% Killen, killen, killen. Stopp. Sehr gut. Sehr gut. Super Damage, passt. Erstmal noch. Gut. Blut killen. Das alles müsstest du aber nicht dachten. Achtung, viele Debuts im Raid. Okay, Blut killen, dann kann ich beim nächsten Timer ziehen. Der Sun-Tapet ist auf dem blauen Ad. Ja, warten auf einen Timer. Umklammerung und dann auf 25% Müsi. Stopp. 22, 22 läuft. Kein Problem, kein Problem. 22 ist vollkommen okay. Klammerung in 3. So 4% stehen lassen. Ist du Halmy, alles im Griff hier. Oh nein, 15. Das Trotz-Karte. Okay. So, jetzt kommt eine Rolle danach bald. Alenil, du wolltest schon mal einstellen. Milis, links vorne noch. Und ein Range rechts vorne rausholen in 2. 1, jetzt. Und Rolle bitte. Einhaken. Schere übernehmen. Und raus. Sehr gut. Suppe. Oh, da steht. Klammerung gleich. Full damage jetzt auf das schreckliche Gemisch bitte. Und da holen wir Zeit raus. Da holen wir Zeit raus. 10 Meiner-Hymne. Klammerungen jetzt. 20 Meiner-Hymne. 10 Meiner-Hymne ist. Suponaufwand ready bist ja. Andeck halt steht. Killed mal noch 2,3 adds. Wir haben 10. Ich zieh. in klammerung und dann sechs prozent fast 9 gehen gehen schnell zurückbleiben noch da hat dieser wall gefällt oder wo Ja wohl super Damage gemacht Hinten, zwei, sieh Eisblock Sieh Eisblock Da sind Pads hinten drauf Auf der Verderbnis Steht Full Damage für mich Leute, go go Sigo, kannst du jetzt gleich mal auf die Verderbnis gehen? Ja, ich geh die ganze Zeit schon mit Achja, stimmt Brauch mal, ne? Klamour Ganz bisschen langsam aufs Gemisch Anlein dreißig Unisch, zieh Profi, seine Ableitung Okay Klamour 5% 5% dann Go 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 Der passt Ah nein, 5 Steht Rausholen Vielleicht gibt es wieder alle Sollen machen Ja Schau mal auf die linke Seite gehen, bitte alle Klamour Klamourung jetzt Rausholen Und Rolle Einhaken Go go Und raus Und raus Sehr gut Fürs erste Add killen wir aber noch ein Loot heim hier, oder? Ach du mich ziehst du auf die andere Seite Mann, er steht Ah, das zieht durch Zwei Stacks Ganz Ganz hinten und Klamourung Bitte mal alle jetzt hier zu den Tanks hinkommen Alle zu den Bären Können wir ein bisschen weiter nach vorne tanken Können wir ein bisschen weiter nach vorne tanken Die Leute nach vorne wird nicht gehen Klamourung 4 Klamourung jetzt Raimi gehst du mit raus Sehr gut drin Ähm Adra wir von uns beiden Bis das lag damit schaut Äh Ich hab frei Bruder mach du Ich mach mal am zweiten Mal Sechste Mal Ja, langsam aufs Gemisch Stopp aufs Gemisch Stopp stopp stopp, sie ist zu low Klamourung jetzt Und jetzt auf 5% Go Nein, noch nicht Äh Stopp 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 Faktivität ist im nächsten Timer Und die Faktivität nur auf der Verderbnis Und die Faktivität nur auf der Verderbnis Ja, das geht sich noch aus 2% dann hinten lassen Da stehen Ja, wir stehen Ich mach das Klamourung jetzt Rauslauf, Malle Ok, 2% stehen lassen Volls drin Jetzt will ich alles was geht, Leute Und Bloodlust G-2% Go Ok, sehr gut Einfach runterspielen jetzt Müssen wir jetzt noch Bloodlust Um Klamourung Um Klamourung Wann 1,40 Nein, wir haben 17 Blooddauerbarer Es reicht Ja, der Fliege ist eh nicht rein Wann 1,30 Wann 1,30 Wann 1,40 Fliege noch ein bisschen Wann 1,40 Wann wir jetzt der Rest anlegen Wann sie sich nicht danke und klammerungen 3 jetzt schnell rausholen bitte klammerung bei hila drin das geht sich eigentlich aus mit dem gemisch gleich man da steht klammerung jetzt ist genug blut da will drin stopp aufs gemisch der mit stopp gemisch bitte alle stopp nicht auf die verderbnis nicht auf die verderbnis und ich ziehe und dann alle walls alle cds noch mal alles raus so und jetzt macht es kaputt ja bitte die schlamm für die jürgen ja komm es ist eurem bayernspieler da vorne immer volle kam er ruf auf die fresse baut ihn weg los ja ja komm komm ich finde der basen nur der bvb nur der bvb nur der bvb jetzt bin ich wieder ein brexer also echt kiten warum haben wir überhaupt angefangen zu kiten warum haben wir gedacht an was du skill hast Leute das mit dem bvb da schneide ich sowas von aus dem video raus was wollt ihr raus schneide ich aus dem video fall keine raus aber bitte nicht zu schreien ohne scheiß das finde ich lächerlich nordrum das kann es nicht machen ihr seid doch nur leidig guck mal weißt du was bvb heißt bayern verliert beides was und nächstes navli Kol floating ja alter erst du die fotos ja ja